So, mein Lieben, es wird ernst. Der Jaden wird eingepackt. Ich habe schon alles bereit gemacht und ziehen jetzt erstmal um. Und was ich noch alles vorbereitet habe, also wie gesagt, bekommt er halt dieses Outfit hier an. Und dann noch diesen Teddy mit. Und dieses Spuckttuch hier. Und dann hat er noch einen Schlafanzug im Karton. Muss ich gleich noch schöne Socken holen. Verpackungsmaterial habe ich auch schon bereit gelegt. So, Windel haben wir. So, dann gibt es noch ganz süße Socken. So, dann kommt's. So, dann kommt es auch so schön. So, dann wird's ihr es. So, dann gehen wir jetzt mal. So, dann geht's es. Zack, 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 zack. So. So, haben wir das schon mal? Wieder sein Tegel in die Hand. So, mein Lieben, ich habe jetzt alles bereit gemacht. Ja, die Jungs haben hier so schöne Pakete. Und Jaden bringt noch mit so eine Flasche hier und die habe ich hier schon eingepackt und den Lieblingsschlafanzug von ihm. Das haben hier und da ist ganz viel Verpackungsmaterial hier in den Ecken so, damit ich da... Obwohl, der passt perfekt hier oder nicht. So sieht das aus, er passt perfekt da rein, so seitlich. Und jetzt füllen wir das ja alles noch schön mit Verpackungsmaterial. Ich habe hier noch ein bisschen was. Jetzt muss ich mal etwas zu füllen. Okay? Mit der ist das? Das hier ist wieder ganz gut. Und ich darf nicht, jetzt kann ich close sein. Jetzt kann ich es mal was. Jetzt kann ich mal, was man schwer zu uncleich. Ich muss doch gar nichts kaputt gehen. Guck mal, du bist da. Das war's für heute. Und fertig, mein Lieben. Jetzt wird er noch zugeklebt. Und dann ist der süße Wäden weg. So. Homus Klebeband, Schatz. Liegt am Flur, glaub ich.